Ja, wir sind in der letzten Kategorie für heute. Die da lautet Gedöns, weil wir keinen besseren Namen dafür finden. Es geht los mit unseren News. Es ist an einer Hand abzuzählen diesmal, aber ja. Ja, ist überschaubar. Aber es ist eine schöne News erstmal. Hörbuch FM war ja auch schon länger angekündigt, kommt jetzt tatsächlich zurück. Wir hoffen auf Oktober, spätestens im März, also zu einer Buchmesse, wird das Ganze wohl online gehen. Und es wird längere Hörproben geben, vielleicht auch ganze Hörspiele, so immer mal den ersten Teil einer Serie oder sowas. Ist angedacht, Sebastian Popo, der die Domain vor Jahren gekauft hat, hat dazu ein Interview gegeben, dass wir euch im Begleitheft auch verlinken werden. Da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Und ja, freut euch drauf. Wird bestimmt interessant. Entschuldigung, es ist so warm hier drin. Ich musste erst was trinken. Guck mal, ich hab's meiner Seite mit. Hier geht's, komm doch einfach rüber. Echt? Ja. Nicht warm bei dir? Nein. Ach, du warst nicht draußen heute, oder? Ach nee, doch, du hast ja eh vollgeschnitten. Ich hab die vollgeschnitten. Mit der Häkenschere. Was hast du denn dabei gehört? Alte Elea Elewanda? Nein. Nein, das kommt ja erst. Ach so, das kommt ja erst. Ich sag ja alte. Das gibt's ja schon länger. Wir stellen in die nächsten News rein. Elea Elewanda, wer sich erinnert, kam bei Kiddings, glaube ich, damals raus. Hat ja aufgehört irgendwann mal, ich glaube in den Zwanzigern oder so die Serie. Und ab dem Herbst wird das Ganze bei der R'n'B Company erscheinen. Elea Elewanda fand ich immer ganz spannend. Allein aufgrund der Ausgangskonstellation. Die Hauptfigur ist Elea und Elea sitzt im Rollstuhl. Aber es gibt halt so eine Fantasiewelt, in der sie dann immer eintaucht und natürlich mit ihr auch der Hörer. Also die paar Folgen, die ich gehört habe, das fand ich eigentlich immer ganz nett, muss ich sagen. Ich bin da noch ganz überlegt. Ist immer total an mir vorbeigegangen. Aber ich bin ja nicht mit den anderen. Ich kenne ja nicht mal Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg. Benjamin Blümchen kenne ich tatsächlich, das darf man echt nicht laut sagen. Ich kenne, glaube ich, keine Folge tatsächlich. Nee, ich habe das auch, die sind aber doch auch relativ alt schon, oder? Uralt. Das sind doch mit diese ersten kommerziellen Hörspiele. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte auch gesagt, so 79 müssen das auch so mit drei Fragezeichen, so in dem Dreh müssen die da auch rausgekommen sein. Also ich glaube, das hätte ich noch vor. Ja, also diese ersten Folgen, das wollte ich immer mal hören. Es gibt übrigens im Oktober, gibt es in der Radiofolge vom, was ist das damals, SFB war das, glaube ich. Aha. Gibt es Benjamin Blümchen hat Geburtstag, kann ich ja schon mal antiesen. Krass, interessant. Als er doch damals geheißen hat, dass das fürs Radio dann, also 70er, Erziehungshörspiel wollte ich sagen. Wie nennt man das? Bildungsradio. War dann quasi nicht so gewünscht, dass man da sowas Albernes macht. Aber dann gab es ja anscheinend doch was. Ja, die ersten liegen auf jeden Fall im Radio. Ich stehe so, in irgendeiner Playtaste war doch ein Bericht über Uli Herzog und damals die Arbeit an den ersten. Stimmt. Dann etwas anderes Erfreuliches, als hätten wir es geahnt vor ein paar Monaten, als wir mit dem Duo Steinhardt uns unterhalten haben. Wayne McClare, die Serie, die sich Paul Burkhardt erdacht hat, wird jetzt tatsächlich bei Maritim erscheinen. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, cool. Das ist eine Serie, die es auch wirklich verdient hat. Ja, apropos Maritim, da gibt es auch was Neues. Sebastian Poboth hat neulich ein Bild gepostet, wo er zusammen mit Günter Merlau, liebe Grüße nach Hamburg, Hände schüttelnd irgendwo in Hamburg rumstand. Ich vermute mal, dass es Hamburg war. Aber ja, das lässt viel Raum für Spekulation und auf viel Positives hoffen, weil wenn die beiden sich einig sind, würde ich mir schon vorstellen, dass da... Ja, und es geht um den Abschluss. Ja. So viel war ja auch, also das ist schon sehr eindeutig, finde ich. Ja, ich denke auch. Ist natürlich der Knaller. Also spekuliert mal schön, wir freuen uns auf ihn. Dass die schwarze Sonne endlich zu Ende... Achso, nee. Nee, wissen wir noch nicht, aber... Nee, weiß man ja nicht, aber... Das ist tatsächlich, immer wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, das ist meine Lieblingsserie tatsächlich. Also so ever, ever, ever. Also die mit einsamen Inseln, die du mitnimmst, ja. Irgendwie schon, ja. Ja. Das sind auch tatsächlich Sachen, die ich... Also das höre ich jetzt nicht zum Runterkommen, zum Abschalten, was weiß ich was, sondern das ist dann wirklich, das höre ich im Abstand von einem Jahr, aber mal wieder alle folgen, weil ich das einfach so geil fand und diese Geschichte so großartig ist, mit so vielen schönen Verästelungen und dieses Titelthema, das mich auffrisst jedes Mal. Ah, schön. Ja, wäre super. Ja, dann müssen wir noch zu was Stellung nehmen, was ein bisschen hohe Wellen geschlagen hat. Ja. Naja, was heißt hohe Wellen geschlagen? Aber das ist ein solches Problem. Man hat sich darüber beschwert, dass wir Termine, die nicht sicher sind, beziehungsweise nicht vom Label bestätigt wurden, schon genannt haben und darauf hingewiesen haben, dass diese Hörspiele wohl nicht kommen werden, weil da schon immer mal verschoben wurde. Genauer gesagt geht es um Contendo. Da hatten wir, glaube ich, im Ausblick auf den September gesagt, dass Dead Earth terminiert wurde für den, ich glaube, den 7.9. oder was? Schlag mich tot, könnt ihr ja nachhören. Wir haben aber dabei gesagt, ist aber bei Contendo üblich, dass dieses gerne mal verschoben wird und auch da wahrscheinlich nicht kommen wird. Sauer der 7.9. ist rum. Die Spiele kamen nicht und Contendo hat auch gesagt, nee, die kommen nicht, weil wir haben sie ja gar nicht offiziell angekündigt. Das Problem ist aber, dass die vom Vertrieb bei den Händlern gelistet wurden. Das heißt, irgendwo gibt es ein Datum und an irgendwas müssen wir uns ja halten. Das Problem ist, wir können nicht, wenn wir den Orkast machen, wir können nicht alle Label anschreiben und sagen, hier ist gelistet, die wir jetzt haben. Stimmen, die Daten, kommt da noch was oder kommt da nichts? Und ja, ist halt schwierig. Und wir haben es eigentlich genauso gesagt, wie es ist. Wir haben gesagt, die Serien werden gern mal verschoben. Und so war es dann auch. Sie sind ja auch schon mehrfach verschoben worden und sind jetzt auch wieder verschoben worden. Bei den anderen haben wir gesagt, so, die Termine hat Contendo offiziell bestätigt. Dann haben wir das dann auch vorgehalten. Eigentlich haben wir uns nichts vorzumerfen, aber man meinte halt, Meinte, dass da ein Schmeckle quasi drin ist. Ja, aber ich weiß nicht, wo, also so ganz riesig sehe ich das Problem nicht. Vor allen Dingen sehe ich den Fehler nicht bei uns, sondern eher muss man halt den Vertrieb im Griff haben. Ich sehe auch nicht ein, warum man eine Serie, klar, wenn man die jetzt ankündigt, sagt man, will die jetzt ankündigen, damit die schon mal einen Platzhalter hat. Ja, das verstehe ich nicht so ganz, ganz ehrlich gesagt. Ja, wenn das da irgendwie so aus ist, ich meine, andere machen das auch nicht so. Muss man sich denn da vorab Plätze sichern, weil der Vertrieb dann ein Kontingent von bestimmten Veröffentlichungszahlen hat? Also die steigt ja nicht so ganz durch, ganz ehrlich gesagt. Ja, aber es ist auch, aber dann, wenn man es selbst wenn man das macht, dann kann man das doch bitte so weit schieben, damit es einem nicht in den Füßen rumsteht. Ich meine, wir haben den September-Ausblick relativ früh aufgenommen diesmal, aber ich meine, Anfang August wird Contendo ja gewusst haben, dass dieses Hörspiel nicht Anfang September kommen wird. Dann kann man das sowas frühzeitig deutlich weiterschieben. Das wird seit Januar immer zwei Monate weitergeschoben. Und das wurde jetzt vom Januar in den März verschoben, vom März in den Mai und so weiter, bis wir jetzt, jetzt sind wir beim November. Ja, und es wird im November wahrscheinlich auch nicht kommen. Aber, naja, also wie gesagt, ich fühle mich da so ein bisschen unschuldig. Ja, ist so. Ist so. Das war es schon mit den News. Ja, werden wir mal was in eigener Sache, ist auch schon. Ja, stimmt. Ist ja eigentlich keine News dann, ja. Selten genug. Dann würde ich doch sagen... Gewinnspiel. Ja, achso, du hast ja keinen Gong mehr. Ich habe ja keinen Gong mehr, du hast doch keinen Gong jetzt. Oh, jetzt muss ich mich wieder hier... Oh, bequem. Essen ist fertig. Jetzt wird schon abgeräumt. Schepper. Ja, es gab einiges zu gewinnen. Erstmal vielen Dank an Pidax, denn von Pidax gab es zu gewinnen einmal die drei aktuellen Hörspiele, die wir jetzt im Rockcast auch besprochen haben. Also Ein, Heldenleben, die Theo Linkenbox und der wunderbare Bäcker-Krimi. Die Stunde Null war 3.15 Uhr und obendrein vielen Dank an Imaga einmal die CD Fallen, also den ersten Teil, den wir höchst bejubelt haben heute. Dann habt ihr, glaube ich, erstmal, seid ihr da ordentlich versorgt, glaube ich, für den kommenden Hörspielmonat und könnt euch freuen. Und das gibt es tatsächlich zu gewinnen. Jetzt nicht mehr, weil wir jetzt auslosen. Und Olaf wühlt bestimmt schon... Ja, man hört es. Ja, ich wühle. Ich soll euch einfach irgendwann mal Stopp sagen. Ja, ich sage Stopp. Okay. Der Michael. Der Michael. Herzlichen Glückwunsch. Oder haben wir noch... Nee, einen Ort haben wir nicht. Also Michael. So, Glückwunsch. Das war das erste Bundle. Und das zweite Bundle, da drehen wir an der Schraube ein bisschen zurück. Nochmal vielen Dank an Pinax. Und zwar geht es um die in jüngster Vergangenheit erschienenen Pinaxe. Und zwar ist das einmal Anna Marx, die siebenteilige Hörspielreihe. Dann die zwei Lovecrafts Innsmouth und Cthulhu in dieser spannenden Radiovertonung. Und dann noch die Affäre La Rouge. Das sind sie beiden, die auch sehr gut gefallen hat. Und obendrein, vielen Dank an Imaga, gibt es auch hier einmal Fallen Nummer 1 Paris dazu. Und das gewinnt. Stopp. Du musst Stopp sagen. Ich habe jetzt schon einen Moment. Nee, ich muss nochmal... Ich tue nochmal rein. Okay. Ich bin nochmal durch. So. Jetzt darfst du aber auch länger... Stopp. Okay. Der Carsten aus Denkendorf. Da steht ein Ort dabei. Also wir sind da auch schon. Glückwunsch, Carsten. Mensch. Viel Spaß damit. Werdet ihr haben. Keine Frage. Und bitte voll mehrfach anhören. Ja, unbedingt. Ja. Danke, Pinax. Es gibt nämlich wieder ein neues Hörspiel. Hörspiel. Es gibt ein neues Hörspiel, ja. Es gibt ein neues Gewinnspiel. Und zwar die aktuellen drei Pinaxe, die just heute angekommen sind. Livingstons letzte Reise hatten wir euch ja auch heute vorgestellt. Beziehungsweise im jetzigen Orkast. Walter Adler und Wendlaus Familienbande und die grandiose Grund GmbH. Das erste Hörspiel übrigens von Quaberg und Stegers war das. Und gleich so. Das wusste ich auch nicht. Krass, ne? Ja. Und Gott sei Dank. Also wenn ihr es gewinnen wollt, den Stapel, dann wie gesagt, schickt einfach eine Mail an gewinnspiel-at-hörspiel-tipps.net. Einsendeschluss, sage ich mal, großzügig ist 30. September. Ja. Dann habt ihr genügend Zeit, eine Mail zu schicken. Rechtsweg bleibt immer draußen. Und wie gesagt, einfach Mail, will gewinnen an gewinnspiel-at-hörspiel-tipps.net. Und gut ist. Ja, mit Adresse bitte. Ja, wäre einfach. So. Können Sie erst mal ohne probieren. Nein, bitte nicht nochmal nachfragen. Highlights brauchen wir noch. Ich habe eine Mahnung. Ich habe eine Mahnung. Ach ja, Highlights. Jetzt müssten wir eigentlich zwei Monate machen, ne? Ja. Einmal August und einmal Juli. Also fangen wir erst mal mit dem Radio an. Ich habe was. Ich habe was. Ja. Ein Gedenk Dead Earth Night. Einer Welle an Zombies, die vor der Tür stehen. Angriff der Terror-Zombies kommt ja wieder von Veit König. Und das hat mir ganz großen Spaß gemacht. Und deswegen ist das so mein Radio-Highlight. Das kommt nämlich genau im Umschwapp von der ersten auf die zweite Hälfte am Donnerstag, den 15. September. Natürlich um 23 Uhr auf eins live, wo sonst. Okay, ich nehme mal was Ungewöhnliches, was jetzt vielleicht nicht das Oberknaller-Hörspiel ist, aber einen riesen Nostalgie-Bonus hat. Und zwar nicht das Geheimnis der weißen Ravens von Wolfgang Räcke. Okay. So, mal was anderes. Schön. Jo, dann ins Kommerzielle. Dann fangen wir doch im Juli an. Da ist es einfach, oder? Im Juli? Ja, oder? Ach so, da ist vorhin rausgekommen, ne? Genau. Aber auch Be My Match. Be My Match fand ich tatsächlich so gut, dass ich ja fast gewillt bin, Be My Match zu nehmen. Können wir zwei teilen? Dann nehmen wir vor, entscheiden wir es uns. Dann nimmt einer vor und der andere Be My Match. Mit lobender Wähnung für den Sturdebäcker, weil ich den wirklich so erstaunlich gut fand. Also so richtig schön überraschend gut fand. Aber ja, das ist also vorhin keine Frage. Das war ganz großes Kino. Und Be My Match, klasse. Apropos, ach nee, noch nicht, aber gleich. Bleibt nochmal dran. Genau, bleibt nochmal dran. Dann machen wir noch den August zu Ende. Was war denn das Highlight im August? Ich hätte eins. Simpel. Aha. Nimm ich mehr. Ich schwank jetzt gerade zwischen Foster, dem Heldenleben und German National Tours. Alle drei absolut Hörenzweck. Ah, der Tod und die Schweine war auch großartig. Aber komm, ich nehme das Heldenleben. Ja, weil ich die Geschichte so grandios fand. Ja, das wäre dann meine Zweitwahl gewesen. Ja. Dann haben wir es. Das waren die Highlights. Ihr müsst noch ein bisschen. Ja, ihr müsst noch nachsitzen, genau. Denn wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon rausgehört. Ja, Johanna Steiner ist gleich zu Gast. Und ja, das hört ihr jetzt.